So, erstmal weg mit dir. Ich will nicht vergiftet werden. Hilfe. Ich bin vergiftet worden. Mist. Weg mit dir. So, einmal Entgiftung bitte. Flakon. Heilung. Puh. Alles Absicht. Hier drin ist nämlich noch was versteckt. Eine große Titanitscherbe. Weg nach oben. Entgiften. So, und jetzt muss ich die Jungs hier herlocken. Uah. Wer hat dich eingeladen? Au. So. So. Muss ich die auf den Kopf ziehen? Oder dem da unten? Genau, komm einfach her. Und jetzt hat mich das Bombarde Mord doch noch getroffen. Aber nur halb so wild. So, ich werde vorschlagen, wir plündern jetzt auf jeden Fall noch den Giftsee hier unten. Da oben ist übrigens eine Assassine. Und ich glaube, das Skelett da unten wird lebendig. Scheinbar doch nicht. So, zwei Lebenssteine zum Gegenheilen. Titanitscherbe. Weg mit dir. Noch eine Titanitscherbe. Ah, da drüben ist noch was. Titanitscholle. Und raus hier. Genau. So, wir haben die Löcher hier abgeklappert. Also das große Loch können wir ignorieren. Das ist einfach nur der Weg weiter raus. Da waren wir auch schon drin. Hier könnten wir Swagmaster 420 beschwören. So, gucken wir mal kurz in die Gegenstandskiste. Das kann weg. Das kann weg. Die beiden können weg. Wir hätten jetzt wieder einen gleitenseitigen Stein und ein versteiertes Etwas, das wir opfern könnten. Brauchen wir nicht. Wir haben einen Nodachi. Das kann weg. Großschild des Heidenritters. Das Schild kann weg. Chamäleon kann weg. So. So, jetzt ist hier alles natürlich respawnt. Uns interessiert allerdings nur der Hammerwerfer hier oben. Den wir sogar Zwei hätte ich ziemlich gut unterbrechen können. So, wenn wir hier unten lang gehen, springt uns gleich der hier vom Dach. Genau. Und wirft mit Giftdolchen. Und greift uns mit Blutungswaffen an. Ich will aber erstmal kurz hier unten lang gehen. Und hier vergiftet sich nämlich erstmal der da. Und wir können ihn ausschalten. Also ja, in den ganzen Krügen hier ist Gift. Und wir haben die Irdenspitze erreicht. Wow. 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 Das ist gemeingefährlich hier mit euch Jungs. Und ich bin in die Sapsche geflutscht. Das ist wiederum nicht so gut. Nein, ich bin mal wieder vergiftet. So. Gut, zurück ins Erntetal. Es gibt erstmal hier einen Weg. Den nehme ich doch gleich. Der führt uns nämlich zu... Gelobt sei die Sonne. Genau. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei immer noch die Sonne. Und ja, in Dark Souls, im Original, Dark Souls, genau wie sie umverdickwanzt, war hier noch so ein Sichelschwinger unterwegs. Und der hat das hier verteidigt. Knien, Sonnenlicht, Alter. Geste erlernen, gelobt sei die Sonne. Ja, ich könnte hier gleich den Eid leisten. Das werde ich wahrscheinlich auch demnächst machen. Dafür müsste ich allerdings nochmal zurück nach Motschula. Und bei der Katze meinen aktuellen Eid auflösen. Das mache ich allerdings erst, wenn ich hier einmal durch war. Weil ich nicht mehr sicher bin, ob hier noch ein Phantom kommen kann. Also ein NPC-Phantom. So. Ist praktisch, dass ich die einfach so unterbrechen kann. Und das sind Giftspuckerpilze. Wow. Der Todeskuss von ihr ist garstig. Und ja, wir sind gerade in ein Secret reingerollt. Skeptiker-Gewürz. Da ich hier unten Ruhe vor ihr habe, heile ich mich mal. Genau, stirb. Da ist eine Bosswand. Da ist ein Raum mit Pilzen, glaube ich. Noch anderem Viehzeug. Und ja, die Krüge hier sind auch übrigens neu. In denen die Jungs hier drin hängen. Wow. Und auf den hatte ich vergessen. Das kopflose Männchen. Häftlingsländentuch. Also hier. Ach so, hier krabbelt einer. So. Ist hier noch irgendjemand? Versteckt. Falle voraus. Vorsicht vor Geschoss. Ja. Oh, das ist eine Giftfalle. Und da war nur eine Fackel drin. Gut. Wir haben jetzt die Möglichkeit zum Boss zu gehen. Bin ich aber erstmal noch nicht. Erstmal würde ich gerne den schwierigen Teil hier machen. Also ja, der schwierige Teil hier rüber zu kommen, ist einfach. Da sehen wir übrigens auch schon ein Loch in der Wand. Ach, da bist du hinten. Dahin bist du umgezogen. Das war nicht gut. Ich bin gestorben. Ich bin nicht an dem Fall gestorben, wie ich sonst immer sterbe, sondern hier an Inkompetenz. Das ist doch auch mal eine nette Abwechslung, Gott. Oh, ach ja, wir sind gestorben. Gehen wir kurz zurück nach Machula. Wenn wir nämlich keine Seelen haben, also gerade nach dem Tod, ist das immer so. Und ja, wenn wir schon nach Machula gehen, machen wir es gleich richtig. Erstmal gehen wir zu Solden. Alles Sorgen. Ihr seid dem Eif Tief vergeben und habt einen Rang erhalten. Jo, wir haben Stille erhalten. Ja, mehr da nicht zu sagen. Wir haben Rang 2 von 3 in diesem Eid erreicht. Und später können wir dann noch Rang 3 erreichen, wenn wir es richtig anstellen. Aber erst mal bei Schalk war. Ja, sie macht sich erst mal über unseren Geruch lustig. Jo, wir sind Rang 2. Wir können den Eid widerrufen. Ich mache das einfach aus Prinzip immer hier. Weil ich... Ja, es gibt, glaube ich, nicht im Spielerstatus, sondern in der Spielerinfo hier. Die Sündenstufe. Und ich weiß nicht, inwiefern es die Sündenstufe hochtreibt, wenn man seinen Eid bricht. So, wenn... Und wenn wir halt eine hohe Sündenstufe haben, werden wir vom blauen Phantom invasiert. Was auch nervig ist. Also nicht nur vom roten, sondern auch vom blauen. Reden wir erst mal mit Mollin. So, wir haben... Kriegen von Mollin, wenn wir null Seelen haben, das Aurora-Set. Aber das ziemlich seltsame Aurora-Set. Erstmal hat es schlechtere Stats als das normale. Und ich zeige es euch mal kurz. Jo. Es ist unsichtbar. Aber einfach mal, um es euch zu zeigen. Und es ist schlechter als das normale Aurora-Set. Also das gibt es auch, das Sichtbare. So, packen wir das einfach mal weg, das Set. Reisen jetzt zurück ins Erntetal. In die Bienen. War ja ganz praktisch, dass wir jetzt gestorben sind. Auf der einen Seite konnten wir kurz zurückkehren. Das Set holen. Und... Ja. Das Set holen. Und unseren Eid auflösen. Und können jetzt das Ganze eben nochmal machen. So, der stirbt am Gift. Sehr schön. Den hier unten ignorieren wir einfach mal. Die da oben. Machen wir jetzt mal safe weg. Die griffst uns von hier aus nämlich nicht. Wir treffen dafür sie. So, eine Titanitscherbe ist immer gut. Und ich glaube, hier waren keine Hammertypen mehr. Also können wir das ruhig wegstecken. Hier war auf jeden Fall in der Ecke genauso eine Assassine. So. Den hatten wir runtergeholt. Da sollen wir ihn nochmal runter. Und ach ja, ich hatte vergessen. Ich wollte hier eigentlich mich nicht vergiften lassen. Ich wollte hier eigentlich mein Eid wechseln. Dann machen wir das als erstes.